Gerd Krummeich ist ein deutscher Historiker. Gerd Krummeich studierte von 1963 bis 1970 Geschichte und Romanistik an den Universitäten Düsseldorf, Göttingen, Innsbruck, Paris und Köln. Nach seiner Promotion 1975 war er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Wolfgang J. Momsen der Universität Düsseldorf tätig. Von 1980 bis 1983 war er zudem Stipendiat des Deutschen Historischen Instituts Paris. 1989 erfolgte schließlich die Habilitation zum Thema Jeanne d'Ars in der Geschichte und ein Jahr später der Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo Krummeich bis 1997 lehrte. Als Nachfolger Momsens war Krummeich seit 1997 bis 2010 Lehrstuhlinhaber für neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Am 1. April 2010 ging er in den Ruhestand, seine Abschiedsvorlesung hielt er am 27. April 2010 zum Thema vom historischen Erzählen. Krummeich war von Anfang an am Aufbau des Historials de la Grande Guerre in der französischen Stadt Peronne beteiligt. In dem der Erste Weltkrieg sowohl aus militärhistorischer als auch aus Kultur-, sozial- und mentalitätsgeschichtlicher Perspektive betrachtet wird. Inzwischen ist der Vizepräsident des Krummeich Direkteur du Center de Recherche de l'Historial de la Grande Guerre. Regelmäßig veranstaltet Krummeich Exkursionen zu den Schlachtfeldern an der Somme oder in Verdun. Seit 2004 ist er zudem Leiter der Düsseldorfer Arbeitsstelle zur Edition einer wissenschaftlichen Max Weber Gesamtausgabe. Seine Forschungsarbeit, insbesondere zum Ersten Weltkrieg und zum Mythos um Jean Dars, sowie der wissenschaftliche Austausch zwischen deutschen und französischen Historikern, den auch Gerd Krummeich set. T. ermöglicht, sind höchst angesehen. Die große Enzyklopädie zum Ersten Weltkrieg gilt mittlerweile als Standardwerk. Sein Beitrag zum Gedenkjahr des Ersten Weltkrieges 2014 wurde allerdings in der Fachwelt auch scharf kritisiert. Krummeich vertritt im Gegensatz Z. B. zu Christopher Clark die These, das Deutsche Reich trage die Hauptschuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem das Thema Erster Weltkrieg mit besonderem Fokus auf die Mentalitätsgeschichte, zudem die Geschichte Frankreichs sowie die Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Krummeich war 1995 an der Gründung des Arbeitskreises Militärgeschichte beteiligt, von 1995 bis 2005 war er dessen zwei Vorsitzender, seit November 2005 ist er Ehrenvorsitzender des AKM. Publikationen, Aufrüstung und Innenpolitik in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg. Die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht 1913 bis 1914. Steiner, Wiesbaden 1980 ISBN 3-515-02-970-2. John Das in der Geschichte Historiografie, Kultur, Politik Thorbäcke, Siegmaringen 1989 ISBN 3-7995-7319-4 online Als Herausgeber mit Gerhard Hirschfeld und Irina Renz, keiner fühlt sich hier mehr als Mensch. Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs Klartext Verlag, Essen 1993 ISBN 3-88474-0040 Als Herausgeber mit Gerhard Hirschfeld unter anderem Kriegserfahrungen Studien zur Sozial- und Mentalitätengeschichte des Ersten Weltkriegs Klartext Verlag, Essen 1997 ISBN 3-88474-5387 Als Herausgeber mit Vittorier Borso und Bernd Witte, Medialität und Gedächtnis Interdisziplinäre Beiträge zur kulturellen Verarbeitung europäischer Krisen Metzler, Stuttgart unter anderem 2001 ISBN 3-476-452891 Als Herausgeber mit Silke Fehlemann, Versailles 1919 Ziele, Wirkung, Wahrnehmung Klartext Verlag, Essen 2001 ISBN 3-88474-9455 Als Herausgeber mit Jo Stüffer, Der verlorene Frieden Politik und Kriegskultur nach 1918 Klartext Verlag, Essen 2002 ISBN 3-89861-0756 Als Herausgeber mit Susanne Brandt, Schlachtenmythen Ereigniserzählung, Erinnerung Böhlau, Köln unter anderem 2003 ISBN 3-412-08703-3 Als Herausgeber mit Gerhard Hirschfeld, Irina Renz und Markus Püllmann Enzyklopädie Erster Weltkrieg Schöning, Paderbornu A. 2003 ISBN 3-506-739131 Als Herausgeber mit Joachim Schröder, Der Schatten des Weltkriegs Die Ruhrbesetzung 1923 Klartext Verlag, Essen 2004 ISBN 3-89861-2511 John Dars, Die Geschichte der Jungfrau von Orleans C. H. Beck, München 2006 ISBN 3-406-53596-8 Als Herausgeber mit Gertrude C. E. Pl. Kaufmann, Ulla Sommers und Jasmin Grande Krieg und Utopie Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg Klartext Verlag, Essen 2006 ISBN 3-89861-6193 Als Herausgeber mit Gerhard Hirschfeld und Irina Renz, Die Deutschen an der Somm 1914-1918 Krieg, Besatzung, Verbrannte Erde Klartext Verlag, Essen 2006 ISBN 3-89861-5677 mit Stéphane Ordoyne-Rousseau Psychiatrices La Grande Geraude Erdi, Fotografies Jean-Richard Töte Thalandir, Paris 2008 ISBN 978-284734-5094 mit Jean-Jacques Becker La Grande Geraude UN-Histoire Franco-Allemade Thalandir, Paris 2008 ISBN 978-284734-5415-8 Als Herausgeber mit Anke Hofstadt und Arndt Weinrich Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg Klartext Verlag, Essen 2010 ISBN 978-38375-01957 mit Gerhard Hirschfeld, Deutschland im Ersten Weltkrieg Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013 ISBN 978-310-0294111 Juli 1914 Eine Bilanz Mit einem Anhang 50 Schlüsseldokumente zum Kriegsausbruch Schöning, Paderborn 2014 ISBN 978-3506-775924 4